Das letzte Ziel war Wolf. Aber ich hatte keine Ahnung, wo er sich versteckte. Ich wusste, dass die Russen einen Sonderbefehlsposten in Ost-Berlin hatten. Vielleicht stand er mit ihnen in Kontakt. Ich packte meine Sachen und ging hinaus, folgte dem Kampflärm und dem Dröhnen des Panzerfeuers. Es war so ziemlich der gefährlichste Ort, zu dem ich gehen konnte. Aber ich brauchte Antworten und ich konnte sie nur so erhalten. Jo, Spiel starten. Bitte, Bewaffnung? Ja. Ja, Bewaffnung Standard. Lassen wir so. Spiel starten. Ich hoffe, dass man in dem Spiel meine Stimme gut hört, aber... Wow, was machst du da? Hä? Was machst du da? Was ist? Du hast gerade übelst rumgelegt. Okay. Wie das aussah. Was ist damit? Warte, warte, warte. Wie sieht das hier aus? Guck mal auf mich. Deine Waffe hältst du die ganze Zeit in deinem Gesicht. Ich habe gerade die Mausempfindlichkeit auf 800... Äh, ne auf 800... ... auf 8000 DPI gestellt. Oha. Ja. Keine Ahnung, ich geh mal hier lang aus Tradition, wie ein Goldbarren und so. Tradition wegen Goldbarren, Alter. Na klar, money, money, money. Ich mach mal die Gegner auf mich aufmerksam. Oh, ich hab das aus Versehen gemacht. Oh, man. Junge, ich geb doch mal. Jawohl. Nice. Obwohl das nur einer von den sehr vielen ist. Ist ja auch eins. Wie gut, dass wir einfach das verstehen, was die sagen. Ja, das dachte ich auch gerade. Wo hockt der? Ach da, oder was? Loll. Mit der, ich stehe sie neben... Was ist? Wo ist der? Keine Ahnung. Soll ich mal kurz Selbstmord begehen? Nein. Ich stehe direkt neben dem Explosionsfass und merke das erst jetzt. Du kannst ja, was ich vergessen habe zu erwähnen, du kannst alle Missiles oder Missils, so das heißt, also die Raketen alle abschießen und explodieren alle. Was meinst du? Ja, die ganzen Raketen, oder die Munition halt. Wenn die abschießen. Ach so, ja klar. Ach, da oben. Hallo. Oh, wie die sich anschreien, ey. Die haben mir wegetan. Oh, das ist ein Panzer. Jo, was ist hier los? Ich weiß, ob ich hier nicht abschießen könnte, aber... Wow. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Ja, wie bin ich hierhergekommen? Okay. Wir hoffen einfach mal in die Maus. Ah, da. Wo ist der doch? Hier ist was. Hier ist einfach so ein Keller, wo einfach nichts anderes drin ist, außer dieser Goldbarbe. Weg vom Fenster. Wortwürdig. Hä, wieso? Wo ist der? Ach da. Ich hab auch den gleichen gezielt, ne? Lol, wie viele sind da? Immer die gleichen. Au, 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 au. Ist der Panzer? Ja, da ist halt ein Panzer, ne? Warte, 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 warte. Oh, fuck. Oh, fuck. Der Panzer ist ja direkt hier. Au, alter. Das hat voll den Aimbot. Siehst du das? Deine Mutter hat voll den Aimbot. Jetzt haben wir den Aimbot, der Panzer. Guck mal, der dreht sich gleich richtig schnell um. Warm. Warte, 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 warte. Bindet ihn. Ich bin tot. Ich bin tot. Hä, was? Bekommst du eigentlich Punkte dafür, dass du mich wiederbelebst? Weil das wäre dann richtiges Cheating. So. Einfach sich selbst sprengen. Das wäre voll der Booster. Okay. Es könnte sein, dass er gleich umweg langkommt. Könnte sein, dass oben Goldbarren sind. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Oh, fuck. Geradeaus kommen auf jeden Fall, Leute. Wir hätten gleich Stiefse wieder. Ich muss wieder raus. Ja, das tue ich. Goldbarren fliegt mir zu. Ich bin tot. Mann, wir sind da so viele Leute. Mann, die Beute ist so eklig. Meine Zielgenauigkeit geht wieder runter, weil ich sterbe. Weg vom Hitzer. Brauch. Brauch. Ah, kleiner. Aua. Der hat mir einen Headshot gegeben und ich lege mich erst mal hin. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Hallo, siehst du den nicht? Nein. Ich glaube, hier ist ein Goldbarren. Boah. Nein, 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 nein. Nein. Mist. Yo, Alter. Wie viele Gegner sind da. Nein. Hier. Stirb doch, Mann. Geht doch. Lalalalalala. Ach, wenn du leertest, hier geht das. Jo, viele Leichen hier. Oh, drei Viertel von mir. Oh, Mann. Kills wieder. Ha. Macht er, da ist er schwul. Hm. Viel war das nicht. Aber es war genug. Tabum war ein Nervengift. Stark und tödlich. Atme es ein, berühre es, schau es einfach nur an und du stirbst einen grausamen Tod. Wolf war der Architekt des Plans. Ein chemischer Waffenspezialist. Er half den Russen, die letzten der V2-Raketen Deutschlands mit dem Zeug zu füllen. Ihr Ziel, London. Die listigen Ruppen-Bastarde würden es wie Deutschlands letzte Rache aussehen lassen. Wolf zu töten, muss er warten. Es gab Wichtigeres zu tun. Ich musste den Start aufhalten. Start aufhalten. Oh, da sind Gegner. Hallo. Aua. Nicht mehr. Oder doch? Ja, da war noch einer. Ich habe einen gesehen, bin dem ausgewichen und direkt in den anderen reingerannt. Oh, fuck. Warte auf, Spieler, Mann. In hier bin ich fast gestorben. Ja, du sollst doch vielleicht von hier ziehen, weil du eine Chance hast. Yo, da ist ein Stein auf den runtergefallen. Glaub ich jetzt. Was war das? Okay, jetzt erstmal 1 MG dran. So richtig kräftig. Mann, wir sind völlig so schlecht. Da geht er runter. Ich bin tot. Wieso? Das ist nicht dein Herz. Wie machst du das? Ich habe keine Ahnung, wo überhaupt... Ah, da war er noch. Yo, ich habe dem Headshot gegeben. Ja, auch. Kommst du mal her? Vielleicht. Oh. Nee, ich werde jetzt... Ach, da ist einer. Ah, ganz hinten. Ja, da ganz hinten auch. Oh, ohne Fokus-Side. Doch nicht? Doch, da war einer. Nee, der mich gekillt hat, meine ich. Aua. Boah, ich kippe Kopfschüsse ohne Fokus-Side. Wie mache ich das? Ich glaube, nach einer Zeit, wenn man Side-Bally zu lange spielt, war das automatisch. Prost. Gut, ist auch ein bisschen her, dass ich das gespielt habe. Boah, nee, das ist hier ein Gegner. Egal. Was machst du da? Wir müssen da gar nicht lang. Ja, ich will halt Goldwaren und so, ne? Achso, ja, da kannst du ewig suchen. Ist mir egal, dann suche ich halt ewig. Hab stolpern ihn gefunden. Das ist deine Festplatte voll, bevor du einfinist. Nee, nee. Das ist doch eine gute Zeitangabe. Ja. Bei OBS passiert das nicht so schnell. Ja, das war auch eher ironisch gemeint. Ja, ich weiß. So, Moment. Was ist hier? Komm, hier muss doch einer sein. Mein Gott. Ein ganzes Haus generiert. Oh, die sind mir gefolgt. Aua. Ich glaube, du stehst euch wieder. Ja, ich bin fast tot. Hier oben direkt. Oh, oh. Das hat sich nicht so... Verlangt gehört. Ach, du hast sie geschüttet. Ja. Okay, das stimmt. Okay. Toll. Eine ganz andere Stelle. Okay. Leute, ich hab einfach nur so'n Typen auf nem Turm abgeschossen und sofort ist der Typ woanders, also der Sniper. Da hab ich immer so viele Punkte. Weil ich sterbe. Komm, längster Schuss, wir haben uns genau gleich lang. Lol. Ah, wahrscheinlich der Typ, den wir gleichzeitig getroffen haben, wofür du doppelt so viele Punkte bekommst. Ah, ne, warte, das war im anderen Part. Ups. Spoiler. Hä, was ist Spoiler? Ja, nur für die Typen, die einfach mal den letzten Part gucken. Okay, also. Wie kurz war das überhaupt? Das war doch richtig kurz. Ja, das war... Zehn Minuten. Ne, lol. Zwölf Minuten. Ja, zehn Minuten halt. Gut. Dann würde ich sagen, es war trotzdem mit dem Part. Ich hab gesagt, eine Mission, ein Part. Also. Was ist mit dem Part? Und wir sehen uns im nächsten. Guckt beim Eddy vorbei. Holt euch das Spiel und spielt das selbst und nehmt das auf und guckt beim Eddy vorbei. Und ja. Dann bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüssi.